Matthäus Du bist bei Gottes Segenbruch, der Heimat, Kirche, Schutz, Vertron, der Menschenangst und Schmerzen, gehst du zu Gottes Herzen. Bis heute sehen wir staunend an, was du für Christi reich getan, was mit des Lichtes Waffen durch dich der Herr geschaffen. Doch gilt uns als dein Testament, der Schwerstreich, der den Mantel trennt, um in der Kälte schrecken, den Bettler zu bedenken. Wer dieser Bettler wirklich war, das machte Gott dir offenbar. Er selbst rief in dem Armen, dich an, um dein Erbarmen. Dein Wohltum mahnt auch heut die Welt, zu helfen, wie es Gott gefällt. Nach Brüder zu teilen, der Menschennot zu heilen. Krühn war der Märk in Gottes Graf, der wirklich das große Zeichen tat. Und wieder Menschenleben, zum Guten zu erheben. Bleib immer unser Schutzpatron, bei Gott, dem Vater und dem Sohn. Und bei den Heiligen Geistern, damit der Beistand heißt. Leib immer unser Schutzpatron, bei Gott, dem Vater und dem Sohn. Und bei den Heiligen Geistern, damit der Beistand leistet. Bei Gott, dem Vater und dem Sohn. Bleib immer unser Schutzpatron.